So, ähm, wir machen jetzt auch so eine Challenge. Die zweite Challenge ist das jetzt bei Tim und bei mir ist das die erste. Ähm, Tim spielt jetzt und außerdem, wenn man acht Minuten hier auf dem Flughafen überlebt, hat man gewonnen. Also wenn der andere auch nicht acht Minuten. Es zählen die Minuten, wenn, wenn, äh, Tim jetzt sieben Minuten neunfünfzig hier drauf war und ich auch sieben, ich bloß sieben Minuten, dann, dann ist es Gleichstand. Ja, also das ist dann ein bisschen unfair, fahr einfach. Na, fahr. Oh, ist was falsch geworden, das war der Hafen, das war der Hafen, scheiße. Bin ja klein am Arsch. Oh, bist du. Ähm, äh, sorry, wenn man, wenn jetzt kein Intro ist, aber das, äh, hier spielt eh Tim, also, das hat eigentlich nichts zu tun, nehm ich bloß so privat auf. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Leute. Zusammenhaut, wir haben schon die drei Sterne gekriegt. Na gut, so wie ich den umgebracht hab. Oder irgendwie, mit einer fetten Limo unterm Hintern. Ist auf jeden Fall sehr gut. Breite Treppe. Oh, also bei dir sieht's schon mal schlecht aus mit deinem Limo, Gina. Außerdem, wenn's Auto kaputt ist, hat man auch verloren, ne? Oh, das sind die ersten Konkurrenzen. Na gut, nee, da hat man nicht verloren. Da ist doch Hubi-Mobil. Kongo-Trends, um vor allen Dingen. Ja, der Kongo-Trends. Ich weiß nicht, seit wann ich das so muss, aber ich bin. Oh, und, und, und? Nee, Kongo-Trends hast du doch gesagt. Kongo-Trends? Ich hab Kongo-Trends verstanden, Trends. Voll die Cops erst mal gecrashed. Oh, den kann's nicht, äh, crashen. Oh, da ist der erste Kanoiner, den ich da sehe, aber der hat zu kämpfen, dass er richtig fährt. Zwei Minuten sind erst schon. Jetzt schon, Gott. Schreib ich mich noch nicht. Jetzt Minuten hast du noch. Also, wenn du jetzt dagegen fährst, oder? Du kannst sogar schafften. Das hätte ich niemals geschafft, Vater. Jeder hat außerdem 200 Schuss. Wenn die vorbei sind, hat man keinen. Ich hab vier Sterne. Ich hab vier Sterne. Ich hab vier Sterne. Vier Sterne, Alter. Na, hat man immer. Echt? Ich hatte anfangs drei, jetzt habe ich vier. Oh, nee, da muss ich ja nochmal ganz neu anfangen. Oh, ich hab mit einem Reifen geschossen, wenn ich das jetzt richtig gesehen hab. Scheiß, warum, warum man nicht so speichern kann. Stehe ich nicht. Kacke. Wollt ihr uns drei, drei Blöckchen? Ich denke immer, warum gehen wir nicht einfach ins Kreativmodus? Wann sind Wann sind Wann sind? Sehr schön, Alter. So sieht's aus, ja. Drei Minuten? Drei Minuten? Oh, drei Minuten. Also sind jetzt schon vorbei. Das sieht gut aus. Naja, sagt ihr nicht. Das sieht gut aus. Eigentlich braucht man nur hin und her fahren, mehr nicht. Ja, ich drehe hier auch gerade noch eine Runde. Außer wenn da so ein, so ein, äh, weiß ich nicht, Polizei, das, die schwarzen Pennerautos. Außerdem bei mir ist das, äh, das erste, die erste GTA-Folge. Was, wenn ich dann, wenn ich dann halt ne kleine Plink-D. Und auch die erste GTA-Challenge. Ähm, außerdem... Oh, bei mir sieht man nicht alles, das ist kacke. Ich hab kurz SWRT abgeschossen. SWRT, ne? SWRT, Team World. Hier stehen die ganzen Jabs, Alter. Jetzt sieht man ein bisschen mehr bei mir. Oh, voll ins Triebwerk. Voll ins Triebwerk geschossen. Kamerungskonfunk raus. Bremsen, Bremsen. Der Polizist ist tot. In echt würde man das nicht. Der Polizist ist... Der Fahrer? Bewusst? Ne, der Beifahrer. Ah ja, Minecraft Let's Play. Also bei mir haben wir das ja immer gesagt. Oh, hab ich denn jetzt ein Reifen zerballert? Auf jeden Fall muss er ausgewechselt werden. Ausgewechselt. In die Box. Und Sebastian Vettel geht jetzt an die Box. Viereinhalb Minuten. Oh, sieht gut aus. Sieht gut, fandam gut aus für mich. Außerdem, Tim nimmt jetzt nicht meine Runde auf mit der Challenge. Die könnt ihr bei mir gucken. Mein Kanal heißt... Äh, warte, ich buchstabiere das mal. J-O-S-H-K-A-Y-Lehrtaste. Ähm... Zockt. Also zockt. Oh, die hatten fast... Wie es geschrieben wird. Die hatten fast die Uhr schlappen. Da könnt ihr das halt mal gucken. Okay, jetzt vorbei. Ne, ist alle vorbei. Hey, ich bin noch. Ist der Bubi überhaupt noch da? Der Spitzbube? Oh, da oben ist der Spitzbube. Der Spitzbube. Der leise Bub? Weil Spitzbube blauer Spitzbube immer. Oder? Hießen die so? Ja, nein, von einem blauer Spitzbube. Fünfeinhalb... Fast fünfeinhalb Minuten. Man, bei GTA V ist das mit den Zielen besser. Da ist bloß so ein schwarzweißen Punkt. Nein, du bist. Schon weiß, schwarz am Rand mit einem Punkt. Und der schießt dann nicht immer gleich? Ganze zielen und dann erst schießen. Ja, schieß mal. Ich hab's ja auch. Hat es. Ja. Hat es. Und leider nur ausgeliehen. Tschüssi. Wow. Wow, Akku fast leer. Hoffentlich seht er das nicht. Dann nur Rados vor mir. Okay, du hast sechs Minuten schon. Ja. Ja, kann ich... Ja, wieso kann ich nicht mehr schießen? Gut, ich kann doch nicht mehr schießen. Da ist nur noch ein paar Waffen. Ich hab immer noch... Ich hab noch... Die Hälfte. Also du musst jetzt noch ander... Also... Eine Minute und 40 Sekunden musst du jetzt noch aushalten. Dann hast du es geschafft. Oh, es hat wieder gefunkt. Und gefuckt, Alter. Wir starten aber und landen viele Flugzeuge eher. Und krass. Und ich halte mich auf vier Sterne. Ich frage mich, wie man in sechs Sterne... Äh, sechs Sterne in der Viertelstunde... In der über einer Viertelstunde entkommen kann. Ich weiß nicht. Wir fangen, wenn ich ein Platz genommen sein kann. Beziehungsweise, da wird man ja schon mitgekält. Boah, Glück gehabt. Wieder auf dem Wege. Ich fange einfach mal an dir. Okay. Eine Minute nur noch. Die letzte Minute. Es wird nochmal richtig in der Rüst gelassen, ey. Alter, würde die Karriere jetzt nicht gehen, wenn du bist. Wenn du bist. Boah, daneben geschossen. Wir hatten keinen Traum. Äh. Oh, der Bubi. Der Spitzbubi. Der könnte dir natürlich alles versauen, aber... Der Spitzbubi. Okay. 40 Sekunden. Oh, da ist Sebastian Vettel. Das macht Sebastian Vettel. Er wird abgeschossen. Oh, ich habe natürlich keine Chance gegen dieses müchtige Teil. Alter, würde ich jetzt Y-Long drücken? Eine Junge. Bin ich erst recht? Toast? Junge, du bist unfair. Na gut. Ey, die Späße hat sie gefordert. Ich will einchenk, ich will einchenk. Boah, du Spass. Loll. Oh, kleiner Späße. Ja, gut. Naja. Jetzt tohst du. Mh, naja. Das würde ich auch mal ganz schnell verziehen. Okay, also wir machen mal ganz... Also das ist jetzt von Tim die Challenge gewesen. Und jetzt kommt nochmal eine Challenge. Also genau die gleiche nochmal für mich. Also wie gesagt, äh, die Zuschauer von Tivo, oder Tim, ähm, werden dann auf meinem Kanal das alles sehen von mir. Also, tschau, tschau. Tschau. Tschüss, meine lieben Abonnenten. Bitte behörde das Video oder lass ein Abo da. Also, tschüss. Hey. Wie schön.